Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal Barkarfs.com. So, hier war das jetzt ein Kampfbericht von mir und das wird auch so passieren. Ich möchte gerne noch ein paar einleitende Worte dazu abgeben, bevor das gleich losgeht und wir in diesen Gefechtsbericht einsteigen. Also Hintergrund dieser ganzen Geschichte heute ist tatsächlich, als ich das technische Video gemacht habe zu dem Jagdpanther, habe ich ja unter anderem einen Gefechtsbericht von der schweren Panzerjägerabteilung 654 vorgelesen, der mir zugespielt worden ist von einem Sammler. Das fanden ganz, ganz viele Leute von euch super interessant und es gibt über die schweren Panzerabteilung und über die Jagdtiger und über die Sturmtiger und was nicht immer. Es gibt ja ganz, ganz wenig Gefechtsberichte. Aber aufgrund dieser Geschichte hat mir wieder ein Zuschauer was zugeschickt und gesagt, pass mal auf, da und da findest du auch noch einen Gefechtsbericht. Wie wäre es denn, wenn du den auch mal vorträgst? So, nun habe ich mir das alles angeguckt und durchgelesen und habe auch versucht, den Autor zu fassen zu bekommen, damit ich das nutzen darf und leider ist der aber vor ewig vielen Jahren schon verstorben. So, da das öffentlich im Netz zur Verfügung steht, habe ich mir gedacht, komm, wenn das da sowieso steht, ob ich das jetzt mal vorlese oder nicht, macht den Kohl ja auch nicht mehr fett, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich konnte niemanden fragen nach dem Copyright, deswegen mache ich das auch. Also worum geht es hier im Endeffekt? Es geht hier um die schwere Panzerjägerabteilung 519, die auf deutschem Reichsgebiet gegen alliierte Streitkräfte gekämpft hat. Wie gesagt, das ist genau so vorgelesen, wie es da passiert ist. Ich finde es super spannend und super interessant und vielleicht holt euch das auch ab. Ich wollte das eben nur klarstellen, nicht, dass es nachher heißt hier, Mensch, was macht er denn schon wieder da für ein Blödsinn? Also Gefechtsbericht, schwere Panzerjägerabteilung 519. In diesem Sinne steigen wir mal ein. Schwere Panzerjägerabteilung 519. Gefechtsbericht, Kampf um Schmidt und Kommerscheidt, 4. November bis 7. November 1944. Aufgezeichnet vom Hauptmann und Kompaniechef der schweren Panzerjägerabteilung 519. Wir waren Korbstruppen. Im Oktober 1944 wurden wir der 116. Panzerdivision unterstellt und an die Westfront verlegt, nachdem wir auf dem Truppenübungsplatz Milau neu aufgestellt und mit Jagdpanthern ausgerüstet worden sind. Meine Kompanie verfügte zu dieser Zeit über 14 Jagdpanther. Die zweite und dritte Kompanie waren mit sturmgeschützten drei 7,5 cm Kampfwagenkanone ausgestattet. Unser bisheriger Kommandeur, Retterkreuzträger Oberstleunand Hoppe, war Anfang Oktober zum Panzerregiment 33 versetzt worden. Bis zum Eintreffen des neuen Kommandeurs Major Rosenthal wurde die Abteilung vertretungsweise von mir als dienstältesten Kompaniechef geführt. Der neue Abteilungskommandeur wurde uns Ende Oktober zuversetzt. Es war der angekündigte Major Rosenthal. Viel weiß ich nicht über ihn. Er lief kurz vor der Adent-Offensive zu den Amerikanern über. Wir befanden uns seit dem 26.10. im Raum Patern als Reserve der 7. Armee. Bis dahin waren wir im Kampfraum Aachen in der Gegend von Stolberg bzw. Würselen eingesetzt worden. Unsere Truppen wurden immer aufgeteilt. Wir sind nur zweimal während des ganzen Krieges geschlossen zum Einsatz gekommen. Das erste Mal war bei Schmidt und das zweite Mal während der Adent-Offensive. Wir verlegten auf Kette von Patern nach Niedergen, wo wir am 3. November nachmittags eintrafen. An diesem Tag war Schmidt von den Amerikanern genommen worden. Die ganze Abteilung zog in der kleinen Stadt unter und unsere Fahrzeuge, die beträchtliche Ausmaße hatten, wurden zwischen den Häusern abgestellt und getarnt. Unser Aufenthalt sollte ja sowieso nicht von langer Dauer sein. Ich begann sofort mit Erkundungen für einen Gegenangriff, da ich die Helligkeit dafür noch ausnutzen wollte. Wir rollten am 4. November in aller Frühe von Niedergen Richtung Harscheid, wo wir bis 6.30 Uhr Verbindung mit dem 1. Bataillon Granadierregiment 1055 der 89. Infanteriedivision aufnehmen sollten. Dieser Verband lag bereits seit dem Abend des 3. November am Waldrand ca. 1000 Meter nord-ostwärts von Harscheid und regelte es dort ab. Es bestand zu befürchten, dass die Amerikaner nach heranführend von Verstärkung ihre Angriffe in Richtung der nahegelegenen Ruhetalspelle fortsetzen würden. Diese Absicht sollte durch einen Gegenangriff der 89. Infanteriedivision vereitelt werden. Kommandeur dieser Division war General Bruns. Angriffsbeginn war um 0800 Uhr. Wir griffen links der Straße nach Schmidt an und entfalteten uns, sobald wir in etwas offeneres Gelände kamen. Der Angriff kam gut voran. Ich hatte meinen Besatzungen befohlen sofort und rücksichtslos von der Waffe gebraucht zu machen und zu feuern was die Rohre hergaben. Beim Angriff auf die Ortschaft, die von feindlicher Infanterie gehalten wird, kann hinter jeder Ecke ein Packgeschütz stehen oder feindliche Nahkämpfertrupps lauern. Außerdem wussten wir nicht, ob die Amerikaner über Panzer verfügten. Ich wollte also die feindliche Infanterie einschüchtern und sie ohne Rücksicht auf Munition bekämpfen lassen, da unsere schweren und schwerfälligen Jagdpanther durch sie sehr verwundbar waren. Einen großen Vorteil den wir den Amerikanern gegenüber hatten, war die hohe Reichweite unserer 8-8 Kanonen und die wollten wir voll ausnutzen. Selbstverständlich schossen wir auch auf einzelne Schützenlöcher, wenn wir amerikanische Soldaten darin erkannten. Gegen 11 Uhr war es eigenen Kräften gelungen Schmidt bis zur Kirche zu nehmen. Einer meiner Kommandanten, ein Unteroffizier der das deutsche Kreuz in Gold trug, dessen Name mir aber entfallen ist, hat im Laufe dieses Angriffes einen feindlichen Gefechtsstand, ich glaube es war ein Bataillons Gefechtsstand, Hobbs genommen. Dieser Unteroffizier ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Er war durch nichts und niemanden aus der Ruhe zu bringen, selbst im Gefecht war er die Ruhe in Person und seine Besatzung mochte ihn und vertraute ihm sehr. Die Art und Weise wie er den Gefechtsstand genommen hatte war typisch für ihn. Er war in aller Seelen Ruhe langsam auf das Haus, in dem der Gefechtsstand eingerichtet war, zugefahren, hatte die Mündung seiner Kanone gegen die Tür gesetzt und auf diese Weise angeklopft. Die Amerikaner zeigten daraufhin eine weiße Fahne und ergaben sich. Die Amerikaner hatten mit einem kompletten Bataillon den Ort besetzt und ihr Widerstand wurde immer stärker. Als wir um die Mittagszeit einer Anhöhe am Nordausgang von Schmidt erreicht hatten ging es zunächst nicht mehr weiter. Etwa eine Stunde später erhielten wir den Befehl um 14 Uhr den Angriff Richtung Kommerscheid fortzusetzen. Ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu dürfen, da wir am helllichten Tag bei starker feindlicher Artillerieüberlegenheit und guter Sicht, die jederzeit den Einsatz feindlicher Jagdbomber möglich machen konnte, angreifen sollten. Hinzu kam, dass wir über einen Vorderhang von Schmidt aus weiter Richtung Kommerscheid fahren sollten. Es blieb aber dabei. Wir feuerten von der Anhöhe auf der wir standen nach Kommerscheid hinein und wandten dabei die selbe Taktik wie am Vormittag an. An uns vorbei griffen eigene Panzer ohne Infanterieunterstützung in den Ort hinein an. Wir erhielten Meldungen, dass erst der amerikanische Panzer in Kommerscheid gesehen worden waren und sich in der Ortschaft ein Panzergefecht entwickelte. Daraufhin wurden wir zur Unterstützung der eigenen Panzer angesetzt und rollten unter gegenseitiger Sicherung den Hang hinab. Vier von meinen Jagdpantern fuhren sich dabei im Boden fest und zwei wurden abgeschossen. Am Abend des 4. November war es nicht gelungen Kommerscheid einzunehmen und der Angriff wurde eingestellt. Die angreifenden deutschen Kräfte hatten hohen Ausfall an Panzern. Als ich auf einer Wiese im Hinterrang der Anhöhe nördlich von Schmidt auf meiner Zeltbahn in der Abendsonne saß erschien der Kommandeur. Weil der Angriff am Nachmittag ziemlich genauso verlaufen war wie ich es befürchtet hatte meldete ich ihm resigniert, dass meine Kompanie aufgrund der Ausfälle nicht mehr einsatzbereit sei. Der Kommandeur nahm meine Meldung jedoch nicht hin, scheuchte mich hoch, trat mir in den Hintern und befahl, dass ich gefälligst meine Fahrzeuge wieder flott machen solle und zwar persönlich. Nach Einbruch der Dunkelheit gelang es mir durch Einsatz der Bergepanter und der 18 Tonnen Zugmaschinen alle 6 Jagdpanter bis zum Morgengrauen zu bergen. Am 5. November beschränkten wir uns darauf mit unseren weitreichenden Kanonen die Amerikaner in Kommerscheidt und Vossenack zu beschießen. Am 6. November wurden alle Panzerkräfte zu einer Kampfgruppe zusammengefasst und der weitere Angriff auf Kommerscheidt für den 7. November befohlen. Meine Kompanie war mit im Schwerpunkt vorgesehen da wir ja einerseits Korbstruppen waren also die Feuerwehr und andererseits die Kompanie mit den schwersten Fahrzeugen. Ich plante die Stellung meiner Züge und Fahrzeuge und hielt dies auf einer Skizze fest, die ich auf einem normalen weißen Blatt Papier DIN A4 angefertigt hatte. Ich wies jedem einzelnen Fahrzeug eine Stellung zu, die ich nach Zügen gegliedert mit Nummern versah und den dazugehörigen Wechselstellungen noch die Bezeichnung links oder rechts gab. Das erste Fahrzeug des ersten Zuges hatte somit beispielsweise die Stellung 1.1 und die Wechselstellung 1.1 links bzw. rechts. Das hatte sich in Russland viele Mal bewährt und ich konnte so jederzeit wissen wo sich meine Jäger gerade befanden. Die Skizze auf dem Blatt Papier steckte ich in eine Cellophanhülle damit sie im Regen nicht aufweigte und legte sie vor meinem Kommandantensitz auf einer Ablage. Der Angriff begann am 7. November morgens noch bei Dunkelheit, meine Kompanie griff mit 12 Jagdpanthern an. Wir sollten die Amerikaner im Zusammenwirken mit unserer Infanterie endgültig zerschlagen und Kommerscheid wieder einnehmen. Beim Heranfahren an die Ortschaft erhielten wir Artilleriefeuer das vom gegenüberliegenden Hang von Vossenack her kam. Nach einigen hundert Metern stieß ich mit meinem Jagdpanther auf eine offene verlegte Minensperre die es galt zu umgehen. Die Sperre verlief quer vor uns über eine Wiese und überquerte auch einen Weg. Da ich nicht wusste ob auch noch Minen in der Wiese vergraben waren und wir wegen der Beschüsse keine Zeit verlieren durften entschloss ich mich auszuboten und die Minen auf den Weg mit den Händen wegzuziehen um so meine Panther durch die Gasse hindurch fahren zu lassen. Dies tat ich dann auch. Im Laufe des Angriffes gelang es meiner Kompanie acht feindliche Kampfpanzer bzw Jagdpanzer zu vernichten von denen ich selber zwei abschoss. Nach dem Abschuss des zweiten Feindpanzers vom Typ Sherman sah ich hinter einer Hauswand einen weiteren Sherman verschwinden. Er war nur noch halb zu sehen da er rückwärts fuhr und sich offensichtlich zurückziehen wollte. Ich machte die Zielansprache und gab nachdem der Ladeschütze die Fertigmeldung gegeben hatte den Feuerbefehl. Als die elektrische Abfeuerung betätigt wurde löste sich jedoch kein Schuss. Ein weiterer Versuch die Kanone abzufeuern misslang ebenfalls. Ich befahl die Notabfeuerung zu betätigen aber auch mit dieser Maßnahme brachten wir die Kanone nicht zum Schießen. Ich suchte den Fehler und stellte fest, dass beim letzten Abfeuern die Zellophanhülle in der sich meine Einsatzskizze befand wegen der Erschütterung beim Abfeuern der Kanone von der Ablage gerutscht und in die Rücklaufbahn geraten war. Beim Vorlauf der Kanone war sie mit nach vorne geführt worden und aufgrund der Hitze die beim Abschuss entsteht geschmolzen. Wir waren also in diesem Augenblick wehrlos. Sofort gab ich den Befehl nach rückwärts auszuweichen und befahl den in meiner Nähe stehenden Jäger über Funk unser Abweichen zu decken und die entstandene Lücke zu schließen. Wir setzten eine Senke hinter uns zurück und versuchten dort in Deckung des Geländes den Schaden zu beheben. Es gelang uns jedoch nicht, da die geschmolzene Kunststoffhülle die Kanone regelrecht verklebt hatte. Ich hielt Ausschau nach einem Gebäude wo man die Kanone des Jagdpanthers dagegen setzen und zurückdrücken könnte um die Kanonenwiege zu öffnen. Ich hoffte durch die Widerstände der Mauer dieses zu erreichen, da die Kanone in das Innere des Panzers zurückgedrückt werden würde und somit die Verschlusslaufbahn freigelegt werden würde. Das erste Bauernhaus das in unserer Nähe stand hatte Wände die lediglich aus Lehm gefertigt waren. Als wir unseren Panzer mit der Kanonmündung gegen die Mauer fuhren und langsam Gas gaben gab die weiche Lehmmauer nach und fielen sich zusammen. Das gleiche passierte uns bei dem zweiten Haus da es aus Fachwerk bestand mit dessen Lehmfüllung der Druck nicht stand hielt. Mit den Häusern hier im Ort war also nichts anzufangen. Ganz in der Nähe lag an einer Straßenkurve in einer Mulde ein Teich um den herum eine mächtige Baumreihe stand. Ich suchte mir die dickste Weide davon aus die gut und gerne von zwei Männern umfasst werden konnte. Die stärkste Stelle an so einem Baum ist die wo der Stamm endet und die dünnen Äste der Krone beginnen, dort setzten wir die Kanonmündung an und fuhren langsam gegen den Baum. Aufgrund des weichen Bodens löste sich doch die Wurzel aus der Erde und der Baum kippte um. Als er vollkommen am Boden lag bemerkte ich, dass die Wurzeln in der Weide noch sehr gut fest hielten. Wir versuchten unser Glück, drückten mit der Kanone weiter gegen den Baum und das erhoffte geschah endlich. Dank des hohen Gewichtes des Baumes und der Kraft der Wurzeln rollte der Baum nicht weg. Der Gegendruck reichte aus um die Kanone ein Stück zurück zu drücken und die Wiege einen Spalt zu öffnen. Ich fischte mit den Fingerspitzen und dem Montierhebel die Kunststoffhülle aus der Verschlusslaufbahn und verriegelte anschließend wieder die Kanone. Die Kontaktleuchte für die elektrische Abfeuerung leuchtete und unsere Kanone war wieder klar. Ich befahl die im Verschluss befindliche Granate zu verschießen um festzustellen ob die Kanone wieder funktionierte. Da es galt wieder zu den Kameraden aufzuschließen die schon weiter angegriffen hatten hatten wir es sehr eilig. Unsere Reparatur hatte mindestens eine halbe Stunde gekostet. Ohne nach hinten zu sehen gab ich dem Kraftfahrer den Befehl zurückzusetzen damit wir aus der aufgeweichten Mulde herausfahren konnten. Als der Panzer ein Stück nach hinten gefahren war gab es plötzlich einen gewaltigen Geruch. Ich wurde in meiner Kommandantenluke nach hinten geworfen und sah auf einmal nur noch Wolken verhangenen Himmel. Was war geschehen? In unserem Bemühen uns zu beeilen und wieder am Gefecht teilzunehmen waren wir rückwärts in die Jauchegrube von einem Bauernhof gefahren. Der Panzer war über das Heck abgekippt und steckte jetzt mit dem Bug steil in den Himmel zeigend im Spitzenwinkel in der Grube fest. Der Motor lief noch und die Jauche floss durch die glühend heißen Kühlergrätings in den Motorraum hinein. Es stank zum Gotterbarmen. Es bestand die Gefahr, dass unser Motor absorff und es einen Wasserschlag bzw. einen Jaucheschlag gab der unseren Panzer unweigerlich zerstört hätte. Der Schuss steckte aber noch im Rohr und ich wusste immer noch nicht ob unsere Kanone wieder klar zum Gefecht war. Wir richteten das Kanonenrohr auf die höchste Entfernung und gaben einen Probeschuss ab. Der Richtschütze jagte die Granate im wahrsten Sinne des Wortes ins Blaue hinein. Die Kanone funktionierte wieder und nun galt es den Panzer wieder flott zu bekommen. Bevor ich die Offizierslaufbahn eingeschlagen hatte war ich zum Fahrlehrer auf Rad- und Kertenfahrzeugen ausgebildet worden. Das Wissen um das technische Verhalten von Fahrzeugen kam mir in dieser Situation zugute. Ich redete beruhigend auf meinen Fahrer ein und ließ ihn ganz langsam aber mit kraftvoller Übersetzung im zweiten Gang aus der Grube herausfahren. Hätten wir versucht im ersten Gang aus der Grube herauszufahren hätte die schnelle Bewegung der Panzerketten die Einfassung der Jauchelgrube zermalt und wir wären nicht mehr herausgekommen. Wir beeilten uns um zu den Kameraden aufzuschließen die natürlich schon viel weiter vorne waren. Als wir tief in der Ortschaft drin erreichten war das Gefecht schon gelaufen. Mit großer Freude und Erleichterung stellte ich fest, dass wir in diesem Gefecht keinerlei Verluste zu beklagen hatten. Die beiden abgeschossenen Panzer wurden uns nach ihrer Instandsetzung in den nächsten Tagen wieder zugeführt. Für den Einsatz und den Erfolg meiner Kompanie bei Schmidt und Kommerscheid bin ich ein paar Tage später wegen schlachtentscheidender Tat zum Ritterkreuz vorgeschlagen worden das mir dann am 9.12.1944 verliehen wurde. Diese Auszeichnung selbst erhielt ich allerdings erst im Januar 1945. 60 Jahre nach dem Gefecht bei Kommerscheid traf ich bei einem Veterantreffen in Schmidt einen ehemaligen Angehörigen der 89. Infanteriedivision. Der Herr erzählte mir, dass er mit seinem Bataillon am 7. November bei Gerstenhof gelegen hat und das Gefecht aus der Ferne beobachtet hatte. Er und seine Kameraden sahen fasziniert zu, wie die amerikanischen Panzer einer nach dem anderen von uns abgeschossen wurden und sich immer mehr Rauchsäulen bei Kommerscheid bildeten. Sie machten sich gegenseitig auf die neuen Abschüsse aufmerksam, da guckt schon wieder einer. Ein Sherman sei jedoch unter Artilleriefeuer entkommen und hinter der Waldkulisse verschwunden. Dieser sei dann ein paar Tage später von Soldaten seines Regiments am Waldrand stehend aufgefunden worden. Er hätte bei seiner schnellen Flucht die Ketten verloren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Günter Sohn Untertitelung des ZDF, 2020